Hup! Zeit für Max Payne auf dem A-Train. Und wo habe ich diesen Subway-Token? Es ist Zeit für Klobbering! Kann ich hier nochmal strömmen gehen? Nein, kann man uns auch schenken. Hier haben wir noch Energizer. Ging das hier oben nicht noch irgendwie rein? Fumigate! Rest in Pieces! Ich töte Bugs tot. Jetzt können wir nämlich da weiter oder wir können hier oben weiter. Aua! Aua! Wir gehen wirklich erstmal hier oben weiter! Na! Dann wohne ich nicht! Jetzt sind wir immer noch auf der richtigen Spur. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal, dass wir es sind. Auf einmal noch keinen einzigen Nuke gefunden haben. Auf einmal noch keinen einzigen Nuke gefunden haben. Das Game ist bugged. Hier war was. Nummer eins. Nummer eins. Ich liebe Pigs. Karate Nuke. Wer will in der Nacht schlafen? Energie. Deines Gebiet. Und... Okay. Okay. Und jetzt... Ging das Zino weiter. Hier ging es weiter. Aber wo wollte man weiter? Ich vermute mal dadurch, dass es heim ist. Ach du Scheiße. Teleportation. Chuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. H�. So, wer es jetzt hier nochmal bugged? Ich glaube. Das Spiel ist es. Jetzt werde ich wundern, was dann immer, also was ich immer nebenbei mache, wenn ich kurz stehen bleibe, da ich nicht rausklicken kann aus dem Spiel. Wait a minute. Da ich nicht rausklicken kann aus dem Spiel, weil es sonst crasht. Ähm, schreibe ich mir die Timestamps von irgendwelchen komischen Sachen per Hand auf, um die dann später wieder zusammenzufassen. Wow, das war eigentlich ein bisschen knapp. Äh, warte mal. Schön viel Energie. Sie lernen es nie. Sie lernen es nie. Schub der Wuh. Pritzel Pratzel. Und weiter geht's hier. Ach guck mal. So muss man es eigentlich machen. Hm. Oder so. Ha hu hi ha hu. Ähm. Da muss der Ausgang. Ich muss da sagen, ich fürchte ja schon wieder, dass wir uns verlaufen haben, ne? Ja, komm ruhig. Dass sich der Strom nicht stört, ist okay. Lass dich für mich erstellt, was gleich die Uhr an sein, wenn die dann irgendwann mal kommt. Hallo? Da kommt sie. Hup. Hupen mit dir in die Suppe. Etwas Suppengrün zum Suppengrün. Komm. Komm. Komm, komm. Ja. Komm, komm. Komm, komm. Snitch. Gab's da noch was zu holen? Ne, gab's nicht. Okay. So. Einen Rücken reparieren. Das warten wir eben ab. So. Kann ich auch mal wieder benutzen. Die neue Kanone. Schub. So. Hier runter für die Keycard. Aber darüber nochmal für die... Reicht das? Ja. Für die... Schnitte. Dann noch mal eine Runde drehen. Glaube ich, ne? Klitschplatsch. Figurinen. Das können wir noch platt machen. Den müssen wir abwarten. Buh buh buh. Ich glaube, wir konnten hier auch runter. Und da mussten wir noch herunter. Aber ich glaube, wir konnten hier auch runter. Ja genau. Die Rohrbomben zu holen. Und da aufzumachen. Genau. Da war noch ein Luke. Ach so. Das heißt, wir mussten hier gar nicht mehr hoch. Und da haben wir noch runter. Und da sind wir noch ein bisschen Bananen. Das da jetzt zu holen. Hauptsache, wir kriegen doch ja unsere Moves voll. Ach so. Ach so. Halt. Ich glaube. Hier wollen wir noch längs. Hier wollen wir vielleicht noch raus. Das ist gut. Da gab es hier noch einen Schritt. Da nicht. Da auch nicht. Aber da unten noch. Ja. Genau. Huch. Huch. Das sieht immer so aus. Manchmal so ein bisschen was vom Prince of Persia. Ach so. So. Lass jetzt bitte einen von euch. Ach. Schieke. 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 Wo hab ich den jetzt liegen gelassen? Ach. Kacke, Mann. Hier offensichtlich nicht. Von hier kamen wir. Den da unten haben wir auch geholt. Schieke. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann ist wahrscheinlich Exit angesagt, ne? Ja. Ich befrüchte fast. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ja. Scheiße. Müssen wir nochmal zurück. Ja. Hinten waren wir... Ja, genau. Der ist doch irgendwo ganz blöd noch versteckt gewesen. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Mach weg hier den Quatsch. Ja. Sag ich doch. Wollte ich noch riesen Gebiet vergessen. Wie fand ich das denn übersehen? Wow. Wie ich einfach alle... Wollte ich hier mitnehmen. So. Und wir wollen... Oh. Ja. Woher werden wir denn gleich landen. Da in dieser... Kaputten Reihe. Und ich... Hier. Genau. Und fahren wir mit dem Ding hier wieder rüber. Und haben... Das fehlende Ding. Wenn wir hier mal irgendwas abstauben. Na ja. Können wir nochmal... Kalb machen. Ein paar Rohrbogen einsammeln. Den Fahrstuhl uns nochmal runterholen. Könnten wir hier drunter? Wir könnten hier drunter glaube ich. Aber es bringt uns... Nichts soweit ich sehe. Nein. Nein. Das war's von euch. Springen wir mal drüber. Ne? Anstatt hier noch drunter durchzuducken. Und... Genau. Wir sind jetzt wieder hier. Ah. Diese angenehmen Soundgeräusche. Huch. Außerdem sind wir dafür gewechselt. Kr 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 kr. Boh... Bring doch zwar jetzt nichts mehr. Wir nehmen es einfach mal mit. Das ist natürlich ärgerlich um die ganze Energie... ...die wir jetzt verbraten haben. Wir haben auch noch was. Ja. Das was können wir hier noch auffüllen. Und raus mit uns. Perfekt. Trotzdem noch drei vergessen. Der Einsammer. Huch. Was treibt ihr hier schon wieder von Schindluder? Hallo. Nur Unsinn im Kopf, die Leute. So, da kamen wir nicht hin. Stimmt, Momentum behalte ich. Dann müssen wir jetzt erstmal hier runter. Ach ja. So. So. So, da kann nur echt durch. So, dem wir jetzt anzenieren. Den benefited hier. Da oben hieen. Get fucked! Achso. Hier können wir schon mal drücken. Das ist für Allah. Da hinten wir noch. Secret. An. Aus. An. Aus. Speichern. An. Aus. Speichern. An. Aus. Achso. Reicht das schon? Nein. Oh nein. Das war schon viel zu weit. Aber okay. Rechte das hier hinten um da rein zu kommen. Natürlich. Fuck man. Das ist glaube ich sowieso nur Double Damage. Ich hoffe immer das ist. Manchmal ist es bei diesem Spiel echt nie. Das sind halt dumme Mechaniken. Ne. Ich glaube so funktioniert es ja. Ich glaube so funktioniert es ja. Also den gibt es jetzt ein Secret Area Bonus glaube ich von 5 tolle Wurst. gut. Jetzt nix. die andere jetzt auch gedrückt. Ne. Wieso fährt die denn? Achso. Da habe ich halt den gedrückt scheinbar. Ich würde mich gerade fragen. Wieso fährt die denn volle Wurde durch? Ah. Noch eine Runde. Und an. Und aus. So. Das sollte jetzt aber funktionieren glaube ich. Ja. Ich fiel nämlich gerade ein. Oh. Das wir glaube ich. Auf mittler Schwierigkeit. Wollen wir mal Pipe Bombs? Ja. Wir können die doch mitnehmen. Sind nicht so weit weg. Ähm. In dem Space Level. Achso. Wir waren hier sowieso aber hoch. In dem Space Level. Wir nachher ganz schöne. Ganz schöne Schwierigkeiten hatten. Da haben wir nämlich ganz schön auf die Fresse gekriegt. Ah. In dem Space Level. Achso. dann geht's. Clump. Klump. Clump. Wow. Das zum. Wie man die einfach nicht treffen kann. Aha. Free whipping. Na mitien. Kapau. Achso. Die Nivellung. Die Nivellung. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und die nehmen wir noch mit. Manchmal hakt das hier so mit der Steuerung ein bisschen. Ich hab das Gefühl... Ja, vielleicht täuscht das auch. Achso, genau. Da waren wir durch. Das heißt, wir wollen hier... Oh, ne. Hier die Security-Türen aufmachen. Warum das hier für eine komische verlassenen U-Bahn-Station sein soll? Da nochmal auf. Was ist hier nicht an der Seite noch irgendwo? Oh Gott. Oh Gott. Du 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 Du.. Da ist jetzt nichts mehr. Ok, dann machen wir die Tür auf. Schwupp. Na, lass mal los da. Kein Grund da noch irgendwie festzuhalten. Und jetzt auch nichts mehr da drunter. Achso. Da auch nicht. Okay. Ich lege mir das hier jetzt halt rein. Also nicht, das ist nicht vorher schon reinregend. Da konnten wir nicht hoch. Achso, wir müssen uns genau auf die Seite stellen, damit das Ding losfährt. Bötchen fahren, Bötchen fahren. Lecker Bötchen. Und... Dann ist noch mal einer nie. Kombo. Ah, das reicht aber nicht, ne? Für den unterwegs. Ja, diesen... Umweltsplatz kenne ich auch. Bei Max Payne abstehen. Vielleicht spüren wir das auch irgendwann nochmal. Ach, der Uhrenspaß. Nur diesen blöden Uhrenwagon, der hier... ...alles versperrt hat, ja. So ein bescheutes Design. Kannst du noch nicht sprengen. Scheiß Ding. Unbelievable. Und... Weiter geht's. Ich spreche hier jetzt mal nicht drauf auf dem Ding. Wer weiß, wie das sich nachher aufs Recovery auswirkt. Und was macht da Blob? Was macht da Spaß? Was macht da Two-Man-Händer-Berror? Was macht das für ein paar Worte? Das ist eine große Anpass祭, der das hier angehen will. Ok, was macht das nicht so. Wir machen die Einschliere. Ich gut. Du weißt das nicht. Aber was ist das für ein bisschen, ...etrll, wo es ist das Leben? Einmal. Nein! So, da haben wir noch nichts mehr. Da gibt es auch nichts mehr. Ja. Hier, wenn ich mal. Das mit dir. Können wir mal rübergebrochen? Ja. Scheiße! Wie habe ich die denn jetzt übersehen? Fuck, man. Wie das auf einmal ankam. So habe ich die übersehen. Tchuu. Na, gerade noch gerettet. Ich muss dich überlegen. Dann machen sie das Buster. Hallo. Komische Plattform. Kannst du mal ein bisschen... Ich rief dir jetzt ein. Okay, fuck it. So weit ist es nicht mehr. Mit so ein bisschen Energie. Und es reicht schon wieder nicht. Für die 250. So, neun Stück. Dann nehmen wir den mit. Immer noch keinen Ego-Boost. Jetzt aber. Es ist Zeit. Geh das. Du verdammter Rat. Und. Und. Die Keycard haben wir noch irgendwo liegen gelassen. Ganz offensichtlich. Da ist sie. Okay. Okay. Hä? Wer denn da noch geschossen hat? Ähm. Ich glaube, wir kommen hier lang. Da haben wir noch ein bisschen Mimitionen, die wir nicht brauchen. Und. Hinab mit uns. swallow. Soooo. Dal. Ba, 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 bah, da. da, ba, ba, bah, baa da, 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 da... da, 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 da... Däh-da, da... dieser die regarde Reaktioninding-kape der Verba胡 und klauen. Oh, 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 oh. Oh Gott, der Quatsch. Das Gute ist, durch den Widescreen sehe ich halt sehr viel. Ähm, aber logischerweise. Also ich sehe die Dinger halt schon viel früher. Das ist eine super lange U-Bahn. Ich glaube, das sage ich auch jedes Mal. Ab hier hinten noch etwas? Ne, ne? Ne, der U-Bahn kam an. Ok, speichern. Muss Duke eigentlich dafür bezahlen? Nein, Duke muss ja gar nichts bezahlen. Halt, ich war noch nicht so weit. Oder mein Finger noch nicht am Drücker. Da regnet es jetzt rein. Das war auch sehr gutes Timing von dir, Kollege. Dein Kung Fu ist durch. All aboard the Midtown Express to hell. Kommen wir hier durch? Nein. Wollen wir hier nochmal links? Ja. Au. Au. Was ist hier gerade los? Komokil. Aus dem Bereich, den ich immer gerne vergesse. Na, ich wollte nicht speichern. Die Freundlichkeit. Ach du Scheiße. Eine Person gehört. Ob es hier oben noch oben ist? Doch, natürlich. Man kann das... Ach so. Deswegen kann man das da durchsehen. Nice. Ach so. Da war nichts. Da ist auch nichts. Okay. Da ist auch nichts. So. Auch nichts. Koppeln. Da oben wollen wir hin. Ja. Fangen wir da rein. Warum nicht durchschießen? Hopp. 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 Und nochmal Schaden verdoppelt. A5 plus 400. Groll. Und ich bitte, woher ich gehe. So. Muss es zu Elektro-Titel? Ja. Ja. Sprengen sie alle in die Luft. Kann man alles gut gebrauchen. Bei plus 600 oder so gibt es wahrscheinlich auch nochmal... ...meh den... Aaaaah. Hashi, ne? Mit vier Stück. Aber... Ich speichere jetzt hier. Weil... Ich weiß, entweder müssen wir dann hier in diesem Area nochmal mehr holen. Alter. Ja. Voll mit... Pssst. Achke, dein Kollege. Da war nix. Da war nix. Jetzt... Jetzt haben wir hier fünf. Reichte das schon? Ja. Jetzt hier die... U-Bahn kam. Ja. No. 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 Bette. No. 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 Wow, was war das? Wahrscheinlich, weil ich das Ding direkt in der Linie drin hatte. Was ist da denn da für Punkte? Komm, okay. 7, dann hat wahrscheinlich der Boss auch wieder 3 am Ende, ne? Ja, ich glaube, der hatte 3 gedroppt. Final! Boah, wir haben ja drin schon angefangen zu campen. Achso, können wir nicht nochmal Superschaden oder sowas kriegen? Nee. Okay, kann man nicht. Sind nur 2? Fuck my life. Fuck die Scheiße. Oh, Mann ey. Oh, okay. Okay, das war nicht so weit. Ich kann das all day. Okay, auf jeden Fall der Kollege am Ende gibt nur zwei. Okay, auf jeden Fall. Die war ein Haufen. Was? Kommt er doch wieder rausgesprungen, der Limmel. Ist doch da hinten doch noch einer. So, Full-on Ammo. Ja, jetzt kommt das auch eher hin. Hm, das tut so gut. Alter, war nicht so, wie ich mir das gedacht hab. Wow, gut Penner. Wir bleiben mal hier. Ich weiß ja, wie das letztes Mal endete. Gott, das ist mir.